Kaufen oder mieten? Gerd Kommer. Wie sie für sich die richtige Entscheidung treffen? Erfahre, was für dich vorteilhafter ist, kaufen oder mieten? Gerade in Zeiten niedriger Zinsen denken auch überzeugte Mieter häufig darüber nach, ob die Investition in eine Immobilie nicht doch attraktiver ist, als dauerhaft zur Miete zu wohnen. Dazu kommt die Versuchung, durch den Kauf einer Immobilie langfristige Sicherheit zu erlangen, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen und möglicherweise durch eine gute Rendite beim Verkauf einen Gewinn zu erzielen. Vorausgesetzt, es kommt nicht zu einem erneuten Immobilien-Crash. In den folgenden Abschnitten erhältst du einen Überblick über die wichtigsten Argumente für das Mieten oder Kaufen. Du erfährst, welche Faktoren du bei deiner Entscheidung berücksichtigen solltest und welche weit verbreiteten Ansichten sich als Mythen entpuppen. In diesen Abschnitten findest du außerdem heraus, warum die entscheidenden Argumente für den Kauf nichts mit Geld zu tun haben, warum ein Haus keine besonders gute Altersvorsorge ist und warum Zwangssparen zwar unangenehm klingt, aber eigentlich eine gute Sache ist. Die allgemeine Meinung zur Frage, Kaufen oder Mieten, basiert auf vielen Halbwahrheiten. Was ist besser, Miete oder Eigentum? Selten herrscht so viel Einigkeit bei Stammtischen, in der Politik, den Medien und unseren Eltern wie bei dieser Frage. Kaufen gilt als die beste Altersvorsorge und wer sein Leben lang zur Miete wohnt, wirft sein Geld zum Fenster hinaus. Auch der große Immobilien-Crash vor weniger als zehn Jahren hat an dieser verbreiteten Ansicht nichts geändert. Wenn wir jedoch die Argumente hinter dieser Meinung genauer betrachten, stellen wir schnell fest, dass vieles davon nur Halbwahrheiten und Mythen sind. Zum Beispiel wird oft behauptet, dass Mieten reine Geldverschwendung sei und es quasi die Natur des Menschen sei, in einem eigenen Haus zu wohnen. Dabei wird übersehen, dass es schon in der Antike üblich war, zur Miete zu wohnen, und das galt damals nicht als Geldverschwendung, sondern wurde wegen seiner Flexibilität geschätzt. Weitere wichtige Argumente der Immobilienkäufer sind die Altersvorsorge und die langfristige, sichere Anlage. Doch auch hier hält das Eigentum nicht immer, was es verspricht. Es ist schlichtweg unmöglich vorherzusagen, welche Lagen ihren Wert behalten und stabile Preise garantieren. Ein weiterer Mythos besagt, dass ein Eigenheim bei hoher Inflation eine große Sicherheit bietet, im Gegensatz zu Sparbüchern, die dadurch an Wert verlieren. Das ist jedoch zu einfach gedacht, denn viele Immobilien verlieren mit der Zeit an Wert und bei hoher Inflation kann es passieren, dass kaum jemand in der Lage ist, den »richtigen« Preis zu zahlen. Tatsächlich fielen die Immobilienpreise zwischen 1981 und 2009 inflationsbereinigt um über 30 Prozent, daher sind Wohnungen und Häuser als Anlageform nicht immer ideal. Und was ist mit Mieterhöhungen? Ist ein Eigenheim da nicht der beste Schutz? Das mag zwar zutreffen, doch eigentlich müssen wir keine große Angst vor steigenden Mieten haben, denn die Löhne steigen in Deutschland durchschnittlich genauso stark an. Wer sich aus Angst vor Mieterhöhungen ein Haus kauft, könnte ebenso gut aus Angst vor steigenden Lebensmittelpreisen einen Bauernhof kaufen. Die meisten Menschen erhoffen sich von einem Eigenheim unrealistische Rendite und Sicherheit. Käufer setzen oft große Hoffnungen in ein Eigenheim, insbesondere erwarten sie hohe Renditen und langfristige Sicherheit. Sie möchten darin wohnen, solange sie wollen, und falls die Immobilie zu groß oder zu klein wird, diese mit Gewinn weiterverkaufen. Leider sind diese Erwartungen oft überzogen. Die durchschnittliche Wertsteigerung von Immobilien liegt bei unter einem Prozent pro Jahr. Die Rendite setzt sich aus der Wertsteigerung, den eingesparten Mietkosten und den Instandhaltungskosten zusammen. Zusätzlich müssen die Kaufnebenkosten wie Maklergebühren und Steuern berücksichtigt werden, die in Deutschland bis zu 10 Prozent des Kaufpreises betragen können. Insgesamt lohnt sich ein Kauf finanziell selten. Die zukünftige Preisentwicklung von Immobilien einzuschätzen, ist sehr schwierig. Es gibt kaum verlässliche Daten, die beispielsweise Qualitätsverbesserungen von Wohnraum einbeziehen. Zudem verzerrt die Inflation die Preisentwicklung und unsere Wahrnehmung. Auch wenn der Quadratmeterpreis in deinem Viertel gestiegen ist, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Immobilienverkäufer mehr Gewinn erzielen, noch garantiert es, dass du deine eigene Wohnung in einigen Jahren mit Gewinn verkaufen kannst. Auch die Hoffnung auf Sicherheit wird oft enttäuscht, da Käufer die immensen Instandhaltungskosten einer eigenen Immobilie häufig unterschätzen. Banken arbeiten hier gerne mit unrealistischen Daten und Indizes, die niedrige Instandhaltungskosten suggerieren. Wer nicht ausreichend in die Instandhaltung investiert, riskiert einen Wertverlust seines Hauses, der größer ist als mögliche Marktpreissteigerungen. Viele Menschen denken spontan, dass Immobilien eine sicherere Anlageform als Aktien sind. Der Preisverfall bei Immobilien vollzieht sich meist langsam und schleichend, anders als bei den teils dramatischen Kursabstürzen am Aktienmarkt. Das führt dazu, dass das Risiko einer Immobilienanlage oft unterschätzt wird. Eigentum ist also weder eine besonders rentable noch eine besonders sichere Anlageform. Und wenn wir den Kauf über einen Kredit finanzieren wollen oder müssen, kommen noch weitere Probleme hinzu. Bankberater sind nicht objektiv und drängen zum Kauf auf Kredit. Es gibt sicherlich einige, die sich von den Argumenten in den letzten Abschnitten nicht abschrecken lassen und dennoch überzeugt sind, dass sie das eine, ganz besondere Ausnahmeobjekt gefunden haben, das ihnen eine sichere Rendite bietet und das sie nun mit einem Kredit finanzieren möchten. Wer einen Kredit aufnimmt, sollte allerdings den Aussagen der Bankberater nicht allzu viel Vertrauen schenken. Denn Banken verfolgen nicht die Interessen der Käufer, sondern ihre eigenen. Da Bankberater vom Verkauf von Krediten leben, werden sie stets versuchen, dieses Produkt als die beste Option darzustellen. Wer eine objektive Beratung wünscht, muss einen unabhängigen Experten konsultieren, der nicht auf Provisionsbasis arbeitet, und diese sind oft sehr teuer. Um möglichst viele Kredite zu verkaufen, verwenden Bankberater bewusst irreführende Daten und Indizes. Sie präsentieren beispielsweise Preisentwicklungen mit zu wenigen Messpunkten, in denen kurzfristige Schwankungen nicht sichtbar sind. Zudem sind auch Bankberater keine Hellseher. Sonst gäbe es keine Crashs wie den von 2007. Auch bei anderen Argumenten übertreiben Kreditverkäufer gerne. Sie weisen beispielsweise immer auf Steuervorteile hin, die jedoch meistens viel geringer ausfallen als behauptet. Auch die historisch niedrigen Zinsen, die Kredite scheinbar günstig machen, sind kein überzeugendes Argument. Denn in den meisten Jahren liegen die Zinsen dennoch über der Wertsteigerung der Immobilien. Zudem nutzen Bankberater gezielt die Mythen, die wir bereits in den ersten Abschnitten kennengelernt haben, um Immobilien und Kredite zu verkaufen. Sie appellieren häufig an das Bedürfnis nach Sicherheit im Alter und verschweigen dabei, dass andere Anlageformen oft viel geeigneter sind. Sie übertreiben auch die erwarteten Preissteigerungen in bestimmten Lagen. So waren in den letzten Jahren beispielsweise die Preissteigerungen in Paris geringer als im Rest des Landes. Nur weil die Preise an einem Ort höher sind, bedeutet das nicht, dass sie auch stärker steigen. Mieten ist flexibler als Eigentum und kann auch rentabler sein, wenn wir diszipliniert mit unserem Geld umgehen. Wenn so vieles gegen den Kauf einer Immobilie spricht, sollten wir dann lieber mieten? Tatsächlich gibt es einige überzeugende Argumente dafür. Das wichtigste Argument ist die Flexibilität, und diese ist in diesem Fall nicht nur kostengünstig, sondern kann sogar Geld sparen. Ein Haus kann oft zu einem, toten Kapital, werden. Wenn ein Paar mit drei Kindern ein großes Haus kauft und später nur noch die Eltern dort wohnen, bindet diese Immobilie Geld, das an anderer Stelle besser eingesetzt werden könnte. Mieten hingegen ist flexibler und passt sich besser den Lebensumständen an. Wer zur Miete wohnt, kann beispielsweise problemlos einen besser bezahlten Job in einer anderen Stadt annehmen oder bei Bedarf in eine kleinere Wohnung umziehen. Diese Ersparnisse sollten bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden. Mieten ist aber nicht nur flexibler, sondern kann sich auch finanziell lohnen. Wer zur Miete wohnt und diszipliniert in andere Anlagen investiert, hat am Ende oft mehr Geld zur Verfügung. Richtig investieren bedeutet, sich ein diversifiziertes Portfolio zuzulegen, das sowohl Sicherheit als auch Rendite bietet, ohne ständiger Überwachung zu bedürfen. Dazu gehört beispielsweise das Investieren in Fonds, die mit dem Markt wachsen, anstatt in Einzelaktien, die risikoreicher sind. Auch die Diversifizierung der Anlagen und die Minimierung der Anlagekosten spielen eine wichtige Rolle beim erfolgreichen Investieren. Diese Art des Sparens ist zwar nicht immer einfach und erfordert große Disziplin. Wer ein Haus kauft, ist gezwungen, jeden Monat etwas in den Kredit zu zahlen oder für die Instandhaltung zurückzulegen. Diese Art des Sparens wird oft positiver wahrgenommen, da dabei Eigentum gebildet wird. Zudem stehen Mieter während und nach Krisen oft besser da als Eigentümer. Während die Mieten beispielsweise während der letzten Finanzkrise relativ stabil blieben, fielen die Verkaufspreise von Immobilien drastisch. Hinzu kommt, dass Eigentümer vom Gesetzgeber nach Krisen oft stärker belastet werden als Mieter, wie es nach der Hyperinflation der 1920er Jahre und nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war. Es gibt einige nicht finanzielle Argumente für den Kauf eines Eigenheims, aber nicht alle sind wirklich überzeugend. Finanziell betrachtet ist der Kauf von Wohneigentum meistens keine besonders gute Idee. Allerdings ist ein Haus oder eine Wohnung mehr als nur eine Investition. Es ist eine Frage des Lebensstils. Auch unter den nicht finanziellen Argumenten für einen Kauf sind einige nicht besonders stichhaltig. Zum Beispiel sollten sich potenzielle Käufer nicht von der Angst vor einer Kündigung leiten lassen. Der Mieterschutz in Deutschland ist stark und die Mietverträge haben oft lange Laufzeiten. Viele Menschen glauben zudem, dass sie durch eine eigene Immobilie an Lebensqualität gewinnen. Doch auch dieses Argument ist mit Vorsicht zu genießen, denn ein Eigenheim bindet Menschen oft an einen Ort und kann längere Wege zur Arbeit oder Schule mit sich bringen, was langfristig unzufrieden machen kann. Viele Käufer übersehen außerdem, dass ein Eigenheim die persönliche Flexibilität und Lebensplanung einschränken kann. Insbesondere bei Scheidungen kann ein Eigenheim zu einem großen Problem werden und sich als »Klotz am Bein« erweisen. Häufig wird auch behauptet, die besten Immobilien gebe es nur zum Kauf und nicht zur Miete. Das ist jedoch nicht wahr. Wer bei der Suche nach einer Mietwohnung genauso viel Zeit und Energie investiert wie bei der Suche nach einer Kaufimmobilie, wird feststellen, dass es viele attraktive Mietobjekte gibt. Andererseits gibt es auch Argumente für einen Kauf, die nicht widerlegt werden können. Ein Haus ist beispielsweise ein Statussymbol. Wie wichtig dieser Aspekt ist, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber er ist nicht zu leugnen. Ein weiterer Vorteil ist, dass man beim Kauf einer Immobilie eher auf finanzielle Unterstützung von Verwandten und Freunden hoffen kann, als wenn man mietet. In diesem Fall kann es sogar ratsam sein, bereits in jungen Jahren ein Eigenheim zu erwerben, vorausgesetzt, die fehlende Flexibilität stellt kein Problem dar. Schließlich ist auch die Gestaltungsfreiheit ein wichtiger Punkt. Wer in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus lebt, kann es nach eigenen Wünschen renovieren und einrichten, während man beim Wohnen zur Miete oft Kompromisse eingehen muss. Zwei finanzielle Argumente sprechen für den Kauf eines Eigenheims. Wir haben gesehen, dass Kaufen nicht rentabler ist als Mieten, die Rente nicht besser sichert und auch nicht vor Inflation schützt. Wo verstecken sich dann die finanziellen Vorteile? Der erste finanzielle Vorteil des Immobilienkaufs ist das Zwangssparen. Das klingt zwar etwas abschreckend, ist aber eigentlich eine gute Sache, die ihren Ursprung in der Preisteorie hat. Theoretisch sollten Kaufen und Mieten annähernd gleich rentabel sein, denn gemäß dem Gesetz des Preisausgleichs müsste der Markt beide Optionen angleichen. Wenn Mieten viel teurer wäre, würden mehr Menschen Immobilien kaufen wollen, wodurch die Nachfrage und somit auch die Preise steigen würden. Allerdings kommt hier eine gewisse Irrationalität ins Spiel. Viele Menschen empfinden den Kauf einer Immobilie als attraktiver als das Mieten, unabhängig vom tatsächlichen Preis. Obwohl dieser natürliche Preisausgleich nicht immer funktioniert, gibt es den Vorteil des Zwangssparens. Wenn der Kauf als Sparvorgang betrachtet wird, macht er plötzlich Sinn. Die Raten für ein Haus oder eine Wohnung müssen bezahlt werden, besonders bei einem Kreditkauf. Während man bei der Miete zur Not in eine kleinere Wohnung umziehen kann, bemüht man sich bei einem Eigenheim eher, die nächste Rate aufzubringen. Dadurch entsteht ein Spardisziplinierungseffekt, der es einfacher macht, den Sparplan einzuhalten. Neben dem Effekt des Zwangssparens gibt es einen weiteren großen Vorteil. Wer Eigentum kauft, kennt sich mit seinem Vermögensbildungsprodukt oft besser aus als jemand, der in Aktien oder Fonds investiert. Ein Hausbesitzer beschäftigt sich intensiv mit seiner Investition und folgt der Maxime Buy-in-Hold. Dadurch ist er weniger Risiken und Schwankungen ausgesetzt, was ebenfalls einen direkten finanziellen Vorteil darstellen kann. Wer auf dem Kapitalmarkt Rendite erzielen will, muss sich intensiv mit den vorhandenen Produkten auseinandersetzen, während ein Immobilienbesitzer dies meist automatisch tut. Wer also auf Flexibilität keinen großen Wert legt und wem es sonst an Spardisziplin mangelt, für den kann der Immobilienkauf eine gute Option sein. Grundsätzlich ist ein Kauf nur zu empfehlen, wenn die Immobilie dann auch selbst bewohnt wird. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass der Käufer die Immobilie selbst bewohnt. Doch wie sieht es aus, wenn wir ein Objekt nur als Vermögensanlage kaufen möchten, ohne selbst darin zu wohnen? Bei Vermietungsimmobilien stellt sich die Situation anders dar. In Deutschland sind knapp 60% der vermieteten Wohnungen in privater Hand oder im Besitz von Kleinanbietern. Der Rest gehört professionellen, gewerblichen Eigentümern. Auf den ersten Blick scheint es, als ob sich dieses Modell lohnen könnte. Leider stimmt das nicht. Die professionell gewerblichen Anbieter bestimmen die Marktpreise. Sie können günstiger arbeiten, weil sie zum Beispiel bessere Kreditkonditionen bekommen und eine Hausverwaltung sowie Hausmeister fest anstellen und effektiv auslasten können. Private Vermieter müssen oft auf teurere, flexible Arbeitskräfte zurückgreifen. Trotz dieser höheren Kosten können sie mit den Mieten nicht mehr einnehmen als die professionellen Anbieter und haben daher deutlich weniger Gewinn. Der Grund, warum es trotzdem noch viele private Vermieter gibt, liegt wohl darin, dass sich viele nicht von ihrer Immobilie trennen wollen, selbst wenn sie sich nicht rentiert. Es ist auch nicht sinnvoll, eine Immobilie zu kaufen und gleichzeitig in andere Anlageformen zu investieren. Wer eine Immobilie kauft, sollte sich darauf konzentrieren, sie abzubezahlen. Jeder Haushalt hat eine Bilanz, die sich aus Fremdkapital, also Schulden und Krediten, und Eigenkapital zusammensetzt. Je größer der Anteil des Fremdkapitals ist, desto größer sind auch die Risiken. Daher sollten wir unser Eigenkapital zuerst immer dafür verwenden, Schulden abzubezahlen und nicht parallel weitere Kredite aufnehmen. Wer also überlegt, ein Haus oder eine Wohnung nur als Anlageform oder Teil seines Portfolios zu nutzen, dem ist davon abzuraten. Möchtest du jedoch selbst in deinem gekauften Objekt wohnen, kannst du mithilfe der Ratschläge aus unseren Blinks abwägen, ob dies die richtige Entscheidung für dich ist. Zusammenfassung In Deutschland gilt es als selbstverständlich, dass Kaufen besser ist als Mieten. Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass ein Eigenheim weder eine besonders rentable Anlageform noch eine sichere Altersvorsorge ist. Stattdessen sind es andere Gründe, wie zum Beispiel die Gestaltungsfreiheit oder die durch einen Kredit entstehende Spardisziplin, die für einen Kauf sprechen. Stattdessen sind es andere Gründe, wie zum Beispiel die Gestaltungsfreiheit oder die Kreditkarte.